Es geht aber wirklich nur, wenn man sie gegenseitig schätzt und auch vertraut und eine Partnerschaft hat. Wir sind jetzt seit heute Morgen auf der Nufaum-Messe. Für uns ist die Messe heute eigentlich Kontakte zu halten mit den Ansprechpartnern von den Herstellern und Banken bei uns und uns auch ein bisschen zu informieren, was gibt es Neues am Markt, wie positioniert sich der Wettbewerb etc. Durch das, dass wir unser Produktsortiment natürlich extrem erweitert haben, haben wir auch versucht, weitere Hersteller mit ins Portfolio zu nehmen und wir haben uns jetzt vor zwei Jahren auch dazu entschieden, Kögel mit ins Sortiment zu nehmen. Unsere Kunden sind sehr zufrieden mit der Karl Verrent, mit unserem Service, aber auch mit den Produkten, die wir haben. Von dem her ist uns das auch sehr, sehr wichtig, da jetzt keine Experimente zu machen und keine Kompromisse einzugehen in Sachen Qualität, weil was sich schon zeigt ist, dass der Fahrer natürlich bei den Unternehmen in den Mittelpunkt steht und versucht das beste Gut einer Spedition, den Fahrer einfach zu halten und dem auch dementsprechend sehr, sehr gutes Equipment, neues, gutes Equipment an die Hand zu geben. Und da waren wir uns bei Kögel einfach sicher. Es geht aber wirklich nur, wenn man sie gegenseitig schätzt und auch vertraut und eine Partnerschaft hat. Das ist keine Geschäftsbeziehung, sondern wirklich eine Partnerschaft. Wir von unserer Seite können eigentlich die Firma Kögel nur sehr empfehlen. Die Zusammenarbeit mit unserem Partner ist wirklich hervorragend. Ich glaube, den Besuch, wenn wir noch bei uns am Chiemsee haben, mit einer schönen Fahrt auf dem Hochfellmeter Seilwandern, glaube ich, ist mir wunschlich glücklich. Ich glaube, die anderen hat es wirklich gutlich. Ich glaube, das ist ein bisschen viel. Ich glaube, das ist mir ganz schön. Ich hoffe, da wird es noch gar nicht! Tschüss! Ich hoffe, dass ich mich jetzt mal nicht schätzt, , dass ich oder ich nicht soSUку wollte, jetzt ist es mir ganz schön über die ersteweisungen. Untertitelung des ZDF, 2020